Wenn im Frühjahr das Heu gemäht wird, sollte es schön trocken sein. Durch den Klimawandel ist das in den letzten Jahren häufig schon im Mai statt üblicherweise im Juni möglich. Das frühe Mähen kann Rehkitzen allerdings zum Verhängnis werden. Anfang Mai bis Mitte Juni werden Kitze gesetzt. Das trifft also genau in diesem Zeitraum. Und das ist also das vorrangige Ziel, bei uns auf den grünen Landflächen die Kitzrettung durchzuführen. Um die Kitzrettung effizienter zu machen, arbeiten die Landwirtinnen und Landwirte in Neustadt mit dem NABU zusammen. Eine Drohne, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, fliegt dafür das Feld vorher ab, um die Rehkitze schon aus der Luft ausmachen zu können. Dieses Verfahren ist deutlich sicherer als die konventionellen Methoden. Also ich hatte letzte Woche die Erfahrung gemacht, da sind die Jäger auch vorher durchgegangen, haben noch andere Mittel da aufgehangen, dass die so ein bisschen Geräuschkulisse bekommen und dann aus der Wiese rausgehen. Und die waren sich selbst sehr sicher, dass da nichts drin ist. Und dann habe ich aus einem Schlag ungefähr so groß wie der hier vier Kitze rausgefunden. Also es ist schon echt enorm, wie gut die sich verstecken können. Nicht nur die Umweltschützer haben ein Interesse daran, dass die Tiere gerettet werden. Für die Landwirtinnen und Landwirte ist es natürlich auch nicht leicht, dass die Kitze infolge der Mäharbeiten verenden. Teile der toten Tiere im Heu führen außerdem zu einer bakteriellen Belastung des Futtermittels. Damit die Suche aus der Luft erfolgreich verlaufen kann, ist es wichtig, dass die Drohne vor sechs Uhr in der Früh startet. Weil sobald die Sonne aufgeht und hier auf die Flächen trifft, heilt sich der Boden sofort auf. Und jeder kleine Mauerwurfshügel, der ein bisschen dunkler ist, nimmt sofort viel Wärme an und signalisiert uns, da ist irgendwas. Seit dem letzten Jahr wird das von der Bingo Umweltstiftung geförderte Projekt in Neustadt umgesetzt. Während des Flugs wird auf das Vier-Augen-Prinzip gesetzt. Der Pilot steuert die Drohne auf vorher festgelegtem Weg. Den sehe ich hier unten. Natürlich nur im Ausschnitt. Das gesamte Bild zeigt uns das Wärmebild. Wir sehen mit dem roten Punkt den wärmsten, mit dem blauen Punkt den kältesten Punkt auf dieser Fläche, die überflogen wird. Und wir sehen auch hier die roten Punkte, die Wärmequellen darstellen. Hier kann man ganz klar sagen, das sind Flächen, die von der Sonne beschienen sind und von daher leuchten, wärmer sind als die Umgebung. Wenn der Boden noch nicht von der Sonne aufgeheizt ist, kann man an den roten Stellen die Abstrahlung von Tieren erkennen. Neben der Rekets-Rettung wird die Drohne auch für andere Einsätze getestet. Zurzeit testen wir ein Monitoring von Wildschweinen in Maisfeldern. Und zwar überfliegen wir die Maisfelder, um zu erkennen, befinden sich dort Rotten von Wildschweinen. Und in diesem Mais richten sie beträchtlichen Schaden an. Der Mais ist für die Wildschweine praktisch das Schlaraffenland, in dem sie geschützt sind, in dem ihnen nichts passiert. Wir unterstützen nicht die Jäger bei der Jagd, um das nochmal ganz klar zu stellen. Also es ist nicht so, dass wir fliegen und dann den Mais umstellen und dann gejagt wird. Um Gottes Willen, das tun wir nicht. In der Erntezeit bekommt der NABU Neustadt fast täglich von den Landwirtinnen und Landwirten der Region Drohnenflugaufträge. Die Arbeit des NABUs rettet dabei vermutlich täglich Leben von Rehkitzen.